Willst du mich heiraten? Nein. Wieso in aller Welt sollten wir das tun? Du wirfst alles weg für eine Chance, die du nie haben wirst? Ja. Verschwinde aus meinem Zimmer. Kann ich dich wiedersehen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hör gefällig auf mit Dauern zu schreiben und löscht diese Nummer. Doch da kann ich nicht mal mehr für eine Nacht was vortäuschen. Wir hatten fantastische Zeit miteinander. Ja, allerdings. Sind wir fertig? Im Grunde will ich ja bloß zufrieden sein. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh.